Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Kenya of the Bridge. Ich entschuldige mich schon mal für die letzte Folge, denn jetzt so langsam wissen wir es gemacht wird. Es ist wie ich dachte schon. Nein. Nichts, alles gut. 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 Was ist das? Ich krieg doch gleich zu viel. Ja Freunde, ich glaube ich mach das heute gleich offline, weil das hat ja so keinen Sinn. Und ich glaube ihr wollt nicht 4 und 7, wie ich das Ding hier einfach mache. Weil das so ein behindertes Rätsel ist in meinen Augen und tut mir einfach leid. Eigentlich müsste da doch irgendwie so eine Kante sein, warum? Ich habe gerade mal ganz kurz geguckt, weil ein anderer, der ist einfach gesprungen und die Ushi, die... Ja, ja, ja. 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 Ich frage mich, wie soll ich mir das noch enttälen? Bring doch gleich in den Fluss. Ja Freunde, ich beende dann die Folge und es tut mir leid, aber ich werde das jetzt offline spielen. Bis dahin, ciao mit WAU!